Am Anfang war Dunkelheit. Dann gebar der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. Tausende von Augenzeugen behaupten, UFOs gesehen zu haben. Ihre Berichte sind auffallend ähnlich. Da sind eine abgestürzte Untertasse und Leichen. Die Regierung vertuscht alles. Die seriöse Wissenschaft weist auf fehlende Beweise hin. Zwischen einem UFO und einem außerirdischen Raumschiff gibt es einen großen Unterschied. Aber wenn UFOs tatsächlich außerirdische Raumfahrzeuge sind, welche unglaubliche Technologie müssen sie dann unter ihrer Haube haben? Man bräuchte ein Verfahren, das die Massenträgheit aufhebt. Was steckt wirklich hinter unidentifizierten fliegenden Objekten? Den UFOs. Für Millionen von UFO-Gläubigen beginnt alles am 24. Juni 1947. Ein Geschäftsmann und Pilot namens Kenneth Arnold fliegt alleine in der Gegend von Mount Rainier im Bundesstaat Washington. Plötzlich sieht er ein Geschwader von neun Fluggeräten, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegen. Sie glänzten, flogen mit Überschallgeschwindigkeit in Formation und änderten ihren Kurs plötzlich. Diese Geschwindigkeit war damals unerreichbar. Es war vor der Zeit der Jets, erst rechte Überschalljets. Als ausgebildeter Pilot versuchte er zu überprüfen, was er da sah, um sicherzugehen, dass es nicht nur eine Luftspiegelung in der Atmosphäre war. Er änderte seinen Blickwinkel, seinen Flugwinkel. Er flog so, dass er sie vor einem Hintergrund aus Schnee sehen konnte, von dem sie sich dunkel abhoben. Bevor Arnold nah genug dran ist, sind die Objekte verschwunden. Das war noch nie da gewesen. Niemand hatte so etwas je gesehen. In den folgenden Tagen wird Arnold vom Zeitungsreportern falsch zitiert, als er versucht, den Vorfall zu erklären. Er sagte, sie bewegten sich wie Untertassen, die übers Wasser springen. Der Reporter brachte das durcheinander und schrieb, sie sahen aus wie Untertassen. Der Begriff der fliegenden Untertasse ist geboren. Arnolds Begegnung ist der Beginn des modernen UFO-Phänomens. Wochen später, im Sommer 1947, wird über den vielleicht bekanntesten UFO-Zwischenfall in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico berichtet. Roswell wurde zum Paradebeispiel des UFO-Phänomens, denn es hat alle nötigen Zutaten. Eine abgestürzte Untertasse, Leichen und die Regierung, die alles vertuschen will. Und es gab tatsächlich viele Informationen, die von den Behörden ausgingen. Der ursprüngliche Bericht, der damals von der Air Force veröffentlicht wurde, sprach von einer fliegenden Untertasse außerirdischen Ursprungs. Er wurde sehr schnell zurückgezogen und es hieß, es sei ein unbemannter Wetterballon abgestürzt. Und es wäre nichts Außerirdisches daran. Augenzeugen behaupteten, Teile eines abgestürzten Raumschiffes gesehen zu haben, angeblich aus Material, das der Wissenschaft unbekannt ist. Sowohl Armels Sichtung als auch der Vorfall von Roswell sind bis heute offiziell nicht bestätigt und bleiben höchst umstritten. Jedes Jahr werden Tausende von Sichtungen berichtet, zumal es am Himmel von angeblichen außerirdischen Objekten, sogenannten UFOs. Das U ist wichtig. Sie sind unidentifiziert. Ich habe selbst ein helles Licht vom Horizont aufsteigen und in die Wolken schießen sehen. Genau genommen war das ein UFO. Ein UFO ist eben nicht schon ein außerirdisches Raumschiff. Wissenschaftler argumentieren, die meisten UFOs-Sichtungen hätten entweder irdische Ursachen, Satelliten, Ballons oder Flugzeuge, oder kosmische Ursachen, wie Meteore, Kometen oder sogar die besonders helle Venus. Doch wenn es für eine UFO-Sichtung keine Erklärung gibt, könnte es sich dann um ein außerirdisches Raumschiff handeln? Falls ja, welche Technologie könnte das Flugverhalten erklären, von den Augenzeugen berichten? Wie wären solche Raumschiffe konstruiert? Welche Schwierigkeiten müssten sie überwinden? Das Flugverhalten, das von UFOs oft berichtet wird, übersteigt unser derzeitiges Verständnis der Physik. Extreme Geschwindigkeit oder Beschleunigung, abrupte Richtungswechsel, Manöver, die wir nicht fliegen könnten, ohne dabei den Piloten zu verletzen oder das Raumschiff zu zerstören. Augenzeugenberichte über unglaubliche Beschleunigung, plötzliche Richtungsänderungen und abruptes Anhalten widersprechen unseren Gesetzen der Physik. Könnten Außerirdische einen Weg gefunden haben, diese Gesetze zu umgehen? Wir müssen das Prinzip der Massenträgheit bedenken. Dieses Prinzip, formuliert von Isaac Newton, besagt, dass ein Objekt in Bewegung oder im Ruhezustand normalerweise in diesem Zustand bleibt, solange keine entsprechende Kraft auf es einwirkt. Um die Massenträgheit in einer derartigen Weise zu überwinden, müssten also immense Kräfte auf ein Objekt wirken. Nach diesem Prinzip wäre ein Jetpilot, der sich mit annähernder Schallgeschwindigkeit bewegt und plötzlich eine 90-Grad-Kurve fliegt, einer Kraft von fast 300 G ausgesetzt. Ein menschlicher Pilot mit Druckanzug kann höchstens 10 G aushalten, ohne das Bewusstsein zu verlieren. Wenn seine Anatomie der des Menschen auch nur ansatzweise ähnelt, würde ein außerirdischer Pilot bei einem 300 G-Flugmanöver augenblicklich sterben. Seine inneren Organe würden sich wegen der Trägheit weiter in der ursprünglichen Richtung bewegen und an seinem Skelett zerquetscht werden. Wenn sie uns ähnlich sind, müssten sie sich eine Flüssigkeit injizieren, um das Problem der frei herumschwimmenden Organe in den Griff zu kriegen. Und sie müssten sich gut anschnallen und abpolstern, um bei den enormen Beschleunigungen keine inneren Verletzungen zu erleiden. Um die Auswirkungen der Trägheit auf das Fluggerät selbst auszuschalten, müsste der Pilot eine Technik zur Verfügung haben, die für uns Menschen in weiter Ferne liegt. Um die Auswirkungen einer 300 G-Wende zu neutralisieren und nicht zerquetscht zu werden, würde man irgendeine technische Vorrichtung brauchen, die die Massenträgheit aufhebt. Der Apparat müsste die Gravitationskraft manipulieren, indem er eine Art Kraftfeld erzeugt, das den Gravitationskräften, die das gesamte Universum beherrschen, entgegenwirkt. Dieses Gerät könnte man anschalten, wenn man will, und es dann wieder ausschalten. Oder vielleicht würde es sich automatisch ein- und ausschalten. Sowas ist noch nicht in Sicht. Wenn die Wissenschaft noch nicht erklären kann, wie diese Fluggeräte das Problem der Massenträgheit überwinden könnten, kann sie zumindest ihre Formen erklären? Vor allem die berühmteste Form, die der fliegenden Untertasse? Ende der 50er Jahre testete die US Air Force das Arrow Car. Aber der Prototyp hatte Probleme mit der Flugstabilität und Aerodynamik. Er bewies, untertassenförmige Fluggeräte können in der Erdatmosphäre keine hohen Geschwindigkeiten erreichen. Der Delta-Flügel ist ein viel aussichtsreicherer Kandidat, was heutigen Militärflugzeugingenieuren wohl bekannt ist. Tatsächlich haben die UFO-Sichtungen, die von keilförmigen Fluggeräten berichten, in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Ein Trend, der das Aufkommen von Delta-Flügeljets und nur Flüglern wie dem B-2-Tarnkappenbomber widerspiegelt. Die Formen, von denen die Menschen berichten, haben sich über die Jahre verändert. Die neuesten sind keilförmig. Die Berichte der Leute stimmen oft mit den modernsten Flugzeugen ihrer Zeit überein. Neben Bewegung und Form muss jeder Versuch, die Technik der UFOs zu erklären, auch ihre Fluggeräusche berücksichtigen. Oder vielmehr deren Fehlen. Immer wieder wird behauptet, die Objekte bewegten sich völlig lautlos. In fast allen Berichten gibt es kein Geräusch, wie man es erwarten würde, wenn ein Objekt sich schnell durch die Erdatmosphäre bewegt. Man würde es hören. Es würde ein Überschallknall entstehen. Das ist eine Druckwelle, die mit dem Fluggerät durch die Atmosphäre rast. Für einen Beobachter am Boden entsteht der Überschallknall aus dem unterschiedlichen Druck am Bug und am Heck des Flugzeugs, während es sich durch die Atmosphäre schiebt. Könnte ein außerirdisches Fluggerät irgendwie die enorme Druckwelle neutralisieren, die der Überschallflug erzeugt? Die Antwort könnte in dem Silbenverfahren liegen, das moderne, geräuschreduzierende Kopfhörer verwenden. Es gibt die sogenannte aktive Lärmkompensation. Man analysiert die Schallwellen, die man vermindern will und strahlt dann sozusagen die Negativwellen davon aus. Beides zusammen hebt sich dann auf. Mir ist aber keine Technik bekannt, die dasselbe mit Druckwellen schafft. Den ohrenbetäubenden, markerschütternden Überschallknall zu neutralisieren, würde also ein großes technisches Wissen voraussetzen. Aber wenn sich Schallwellen ausschalten lassen, was ist dann mit Lichtwellen? Manche Berichte behaupten, UFOs hätten sich plötzlich in Luft aufgelöst. Eine vielversprechende menschliche Technologie, die derzeit erforscht wird, könnte ein solches Phänomen erklären. Es zeichnet sich eine Möglichkeit ab, Dinge unsichtbar zu machen. Dabei geht es um Lichtbeugung. Die entsprechenden Materialien werden als Metamaterialien bezeichnet. Man kann sich das vorstellen wie den Tarnumhang in den Harry Potter Filmen. Metamaterialien nutzen verschiedene Polymerschichten, Gold und Kupfer, um elektromagnetische Wellen um ein Objekt zu biegen. Das Licht wird um das Objekt herumgeleitet, anstatt reflektiert oder gebrochen zu werden. Hightech-Materialien, Stealth-Eigenschaften und unglaubliche Manövrierfähigkeit sind eine Sache. Allerdings müssten es unsere Besucher überhaupt erst mal zu uns auf die Erde schaffen. Die Chancen, dass es eine fremde Zivilisation schafft, uns zu besuchen, sind verschwindend gering. Wenn es ihnen aber doch gelingt, dann haben sie offenbar eine ganze Reihe von Problemen gelöst, auf die wir noch keine Antworten haben. Ihre Technologie würde unsere bei Weitem übertreffen. Wissenschaftler können sich allerdings durchaus verschiedene Verfahren vorstellen, mit denen die scheinbar unbezwingbare Entfernung zwischen den Sternen zu überwinden wäre. Darunter eine explosive Antriebsart von derart apokalyptischen Ausmaßen, dass wir sie schon aus Lichtjahren Entfernung kommen sehen würden. Seit Jahrzehnten werden immer wieder angebliche UFO-Sichtungen aus aller Welt bekannt. Nicht alle dieser Meldungen stammen von der Oberfläche des Planeten Erde. Am 19. Juli 2009 berichten Zuschauer eines Videostreams der NASA von Bord des Space Shuttles Endeavour von einem scheibenförmigen Objekt, das über dem Greifarm des Shuttles schwebte. Angebliche UFO-Sichtungen im All wie diese gab es in der Geschichte der bemannten Raumfahrt immer wieder. Handelt es sich um ein unbekanntes kosmisches Phänomen? Oder könnte es ein Hinweis darauf sein, dass riesige außerirdische Raumschiffe die Milchstraße bereisen? Weltraumreisen zwischen den Sternen, das ist Standard in der Science Fiction. Man sieht es in Film und Fernsehen. Könnten wir oder eine andere Spezies das tatsächlich schaffen? Die Entfernungen zwischen den Sternen sind wirklich gewaltig. Interstellare Reisen verstoßen nicht gegen die Gesetze der Physik. Man kann sie nicht ausschließen und sagen, es ist absolut unmöglich, dass sie hierher kommen. Es ist nur einfach sehr, sehr schwierig. Schon Alpha Centauri, unser nächster Nachbarstern in fast viereinhalb Lichtjahren Entfernung, liegt weit jenseits der Reichweiten unserer größten Raketen. Wenn eine hochentwickelte Zivilisation uns besuchen würde, könnten wir ziemlich sicher sein, dass sie keine chemischen Raketentriebwerke verwendet. Trotz der beeindruckenden Mengen an Feuer und Rauch, die wir bei Apollo, Saturn V oder Shuttle Start sehen, bringen einen chemischen Triebwerke nicht sehr weit. Um die Entfernungen zu veranschaulichen, die am weitesten entfernte Raumsonde ist Voyager 1, die 1977 gestartet ist. Sie fliegt seit 34 Jahren mit 61.000 Kilometern pro Stunde und verlässt gerade erst unser Sonnensystem. Wenn sie zu Alpha Centauri fliegen würde, bräuchte sie dafür über 56.000 Jahre. Um innerhalb eines Menschenlebens von rund 50 Jahren interstellare Missionen fliegen zu können, müssten wir also mindestens 1.000 Mal so schnell fliegen. Die Lichtgeschwindigkeit beträgt atemberaubende 300.000 Kilometer pro Sekunde. Ein Raumschiff, das zwischen verschiedenen Sonnensystemen reißt, müsste sich dieser Geschwindigkeit zumindest annähern, um in einigermaßen überschaubaren Zeiträumen auch nur bis zum nächsten Stern zu gelangen. Das größte Problem ist das Gewicht eines Raumfahrzeugs. Und das ist auch ein großer Nachteil eines Raketentriebwerks. Der gesamte Treibstoffvorrat muss transportiert werden. Um mit einem Verbrennungstriebwerk auch nur 6% der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, würde man mehr Treibstoff brauchen, als es Masse im gesamten Universum gibt. Es ist also tatsächlich unmöglich, mit einem Raketentriebwerk einen anderen Stern zu erreichen. Wenn Außerirdische uns besuchen möchten, müssen sie dieses Problem lösen. Im Jahr 2011 umkreiste das Nanoseal D der NASA als erstes Sonnensegel die Erde. Das ultradünne, knapp 10 Quadratmeter große Segel nutzt den Sonnenwind. Die Photonen der Sonnenstrahlung prasseln auf das Segel und sorgen so für den Vortrieb. Einer der unbestreitbaren Nachteile von Raketentriebwerken ist, dass jede Rakete ihren Treibstoff mit sich tragen muss. Ein Sonnensegel nutzt natürlich vorkommende Ressourcen, nämlich die Photonen der Sonne, um Vortrieb zu erzeugen. Es ist so ähnlich wie bei einem Hängegleiter, der ohne Treibstoff oder Triebwerk fliegen kann, indem er natürliche Ressourcen nutzt, nämlich die Atmosphäre und die Gesetze der Aerodynamik. Um ausreichend Antrieb für ein bemanntes Raumschiff zu erreichen, müsste das Segel riesig sein, bis zu mehreren hundert Kilometern Durchmesser. Und weil die Kraft der Strahlung eines Sternes mit zunehmender Entfernung abnimmt, denken einige Wissenschaftler auch über einen Laserstrahl nach, der Energie auf das Segel schießt. Irgendwann muss leider jeder Gleiter landen, aber ein Sonnensegel, das auf der Energie eines Laserstrahls surft, könnte bis zu den Sternen reisen. Die Höchstgeschwindigkeit eines Sonnensegels, etwa 10% der Lichtgeschwindigkeit. Eine Reise zu Alpha Centauri würde mit Laserunterstützung etwa 45 Jahre dauern. Derzeit planen die NASA und andere Weltraumagenturen, weitere Sonnensegel zu erproben. Es gibt jedoch noch andere Antriebsmethoden im Universum. In den 50er Jahren wurde eine Antriebsart angedacht, bei der das Raumschiff immer wieder Sprengsätze abwirft, deren Detonationsdruck das Raumschiff vorantreibt. Der Prototyp wurde Orion-Antrieb genannt. Und es gab eine Serie von Experimenten mit konventionellen Sprengsätzen, die bewiesen, dass das Prinzip funktioniert. Der eigentliche Orion-Antrieb sollte jedoch Nuklearsprengsätze verwenden. Um das Prinzip zu demonstrieren, werden wir eine kleine Sprengladung in diesem Fass anbringen und es so 15, 20 Meter in die Luft schießen. Wir berechnen die frei werdende Energiemenge und vergleichen sie mit der eines Nuklearsprengsatzes, wie ihn ein Orion-Raumschiff nutzen würde. Unser Orion-Raumschiff-Simulator ist bereit. Wir werden die Sprengsätze zünden, die Tonne in die Luft jagen und das Ganze mit der Energie einer Nuklearexplosion vergleichen, wie sie in einem Orion-Antrieb Verwendung finden würde. Das Orion-Raumschiff, wie es Ende der 50er Jahre in Los Alamos erdacht wurde, sollte Kernspaltung als Antriebsquelle verwenden. Spaltungsenergie wird frei, wenn der Kern eines Atoms in kleinere Teile aufgespalten wird. Dabei entstehen freie Neutronen und Protonen, die gewaltige Mengen an Gammastrahlen abgeben. Die Sprengladung hat das 15 Kilo fast 20 Meter in die Luft geschossen. Ein kleiner Nuklearsprengsatz wie der von Hiroshima setzt etwa 27 Millionen Mal so viel Energie frei. Das wäre also ganz klar eine mögliche Antriebsmethode für interplanetare oder gar interstellare Reisen. Wegen der gewaltigen Explosionen bräuchte man für den Orion-Antrieb eine große dicke Metallplatte auf der Rückseite des Raumschiffs, die den Druck der Detonationen abfängt, und gute Stoßdämpfer, die die Crew vor den Erschütterungen bei jeder Zündung schützen. Die Höchstgeschwindigkeit eines solchen nuklearen Pulsantriebs etwa 5% der Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet, die Reisezeit von der Erde zu Alpha Centauri würde etwa 90 Jahre dauern. Trotz seiner mächtigen Energiequelle ist der Nuklearantrieb langsamer als das Sonnensegel. Für höhere Geschwindigkeiten brauchen wir eine andere, noch gewaltigere nukleare Reaktion. Kernspaltung ist bekannt. Wir nutzen sie seit Jahrzehnten zur Energiegewinnung. Es gibt jedoch noch eine andere Art nuklearer Technologie, die Kernfusion. Kernfusion ist die Energiequelle der Sonne. Im Kern der Sonne sind die Temperaturen so hoch, die Atome bewegen sich so schnell, dass sie ineinander rasen und neue Elemente bilden. Dabei wird Energie frei. Fusionsenergie entsteht, wenn zwei Atomkerne verschmelzen und einen neuen, schwereren Kern bilden. Dabei wird eine riesige Menge an Energie frei. Ein fusionsgetriebenes Raumschiff wurde in den 70er Jahren in einer Studie namens Projekt Daedalus vorgeschlagen. Die Mission sah eine Reise zu Barnards Stern in 5,9 Lichtjahren Entfernung vor. Das fusionsgetriebene Raumschiff erzeugt seinen Vortrieb in einer Reaktionskammer an Bord. Der Treibstoff eines Raumschiffs der Daedalus-Klasse besteht aus Pellets, aus einem Gemisch, aus schwerem Wasserstoff und Helium-3. Sie werden von einem sogenannten relativistischen Elektronenstrahl gezündet. Dieser besteht aus extrem energiereichen Elektronen, die die Atome in den Pellets zur Verschmelzung bringen. Der Daedalus-Entwurf sah einen Verbrauch von 250 solcher Pellets pro Sekunde über zwei Jahre vor. Das Raumschiff hätte über 55.000 Tonnen gewogen, das meiste davon Treibstoff. Das Gewicht eines solchen Raumschiffes wäre hoch. Aber eine hochentwickelte Zivilisation könnte diesen Nachteil ausschalten, indem sie den Wasserstoff und das Helium für die Pellets unterwegs gewinnt. Schwerer Wasserstoff oder Deuterium kommt auf der Erde reichlich vor, vor allem im Meerwasser. Helium-3 ist viel seltener. In unserem Sonnensystem findet es sich auf dem Mond und in großen Mengen auf Jupiter und Saturn. Wissenschaftler haben erwogen, es dort mit riesigen Saugern abzusaugen, um so Treibstoff für Reisen durchs All zu gewinnen. Es ist denkbar, mit einem fusionsgetriebenen Raumschiff zu einem anderen Sonnensystem zu fliegen und dort neuen Treibstoff aufzutanken. Ein autarkes, fusionsgetriebenes Raumschiff könnte relativ leicht sein und Geschwindigkeiten erreichen, die die Erforschung naher Sterne in annehmbarer Zeit ermöglichen würden. Die Höchstgeschwindigkeit eines fusionsgetriebenen Raumschiffs 15% der Lichtgeschwindigkeit. Reisezeit von der Erde zu Alpha Centauri etwa 35 Jahre. Die immensen Kosten, die aufwendige Logistik und auch die politischen Dimensionen nuklear getriebener Raumfahrt haben längst dazu geführt, dass auf der Erde alle derartigen Pläne begraben wurden. Aber für eine sehr hochentwickelte Zivilisation könnte es noch eine andere Möglichkeit geben, zu fernen Sternen zu gelangen. Es scheint paradox. Reisen mit Lichtgeschwindigkeit, ohne sich zu bewegen. Könnten UFOs, die für interstellare Reisen nötigen, gewaltigen Geschwindigkeiten erreichen? Eine mögliche Antwort liegt in den USA, 10 Meter unter der Erde. Der Fermilab-Tevatron-Teilchenbeschleuniger bei Chicago. Fast mit Lichtgeschwindigkeit rasen hier Protonen in die eine und Antiprotonen in die andere Richtung. Sie kollidieren mit enormer Energie. Der Zusammenstoß setzt Gamma-Strahlung frei, die energiereichste Strahlung, die wir kennen. Möglicherweise ist sie der Schlüssel zu interstellaren Reisen. Die beste Methode, hier auf der Erde Antimaterie herzustellen, ist es, Einsteins berühmte Formel anzuwenden. E ist gleich mc². Sie sagt uns, dass wir aus Materie Energie gewinnen können. Es ist eine tolle Idee, denn sie ist sehr effizient. Man verwandelt die gesamte Masse dieser Partikel in Energie. Derzeit ist ein Teilchenbeschleuniger die einzige praktikable Methode, um Antimaterie herzustellen. Und sie wird nur in sehr kleinen Mengen erzeugt. Wenn wir herausfinden würden, wie wir genug Antimaterie erzeugen und lagern können, hätten wir einen Treibstoff, der, wenn er auf normale Materie trifft, riesige Mengen an Energie freisetzt, viel mehr als Kernspaltung und Kernfusion. Wir wissen, dass Antimaterie existiert und dass sie auch hergestellt und gelagert werden kann. Es ist also denkbar, dass eine hochentwickelte Zivilisation Energie aus Antimaterie nutzen und eine Antimaterie-Rakete konstruieren könnte. Ein Antimaterie-Raumschiff könnte unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen und mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch die Galaxie reisen. Reisezeit von der Erde zu Alpha Centauri in 4,5 Lichtjahren Entfernung etwa 5 Jahre. In menschlichen Dimensionen wären die Herstellungskosten für genug Antimaterie, um ein Raumschiff anzutreiben, astronomisch. Vielleicht wäre sie in außerirdischer Währung bezahlbar. Aber ein solches Antimaterie-Raumschiff hat einen weiteren großen Nachteil. Die Gammastrahlung des Antimaterie-Antriebs ist so aggressiv, dass sie die Zellstruktur jedes Lebewesens an Bord zerstören würde. Das Raumschiff müsste aufwendig abgeschirmt werden damit die Crew die Reise überlebt. Und die extreme Geschwindigkeit birgt noch weitere tödliche Gefahren. Das All ist ziemlich leer, aber wenn man sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegt, braucht man einen effektiven Schutzschild gegen interstellare Staubpartikel, die ein so schnelles Raumschiff sonst in Stücke reißen würden. Wenn Weltraumstaub so gefährlich ist, warum geht man dem nicht aus dem Weg? Die Lösung könnte Star Trek-Fans bekannt vorkommen. Ein Raumschiff, das Lichtgeschwindigkeit erreicht, ohne sich zu bewegen. Man müsste eine sogenannte Warp-Blase erzeugen. Der Name stammt aus der Science-Fiction. Dazu wird vor dem Raumschiff ein Bereich der Raumzeit komprimiert und hinter dem Schiff ein Bereich ausgedehnt, während das Raumschiff selbst bewegungslos in einer Art Blase stehen bleibt. Man würde auf einer Welle der Raumzeit surfen. Ein Warp-Antrieb mag wie pure Fantasie erscheinen. Aber 1994 veröffentlichte ein angesehener junger Physiker namens Miguel Alcubiere einen ernstzunehmenden Vorschlag, wie man in einer kontrollierten Raumverzerrung reißen könnte. Es gibt allerdings große Hindernisse für Alcubierres Warp-Antrieb. Das größte heißt dunkle Energie. Es ist ein kosmisches Phänomen, dessen Existenz 2011 von drei Wissenschaftlern bewiesen wurde, die dafür den Nobelpreis bekamen. Die einfachste Erklärung für das Phänomen der dunklen Energie ist, dass sie eine Eigenschaft des Raumes selbst ist und dass sie den Raum dazu bringt, sich auszudehnen. Man kann sie beobachten, wenn man auf entfernte Regionen des Alls schaut. Man sieht, dass sich diese Teile immer schneller entfernen. Und die Energie dahinter ist eine andere als die Energie, die wir sonst kennen, wie zum Beispiel Sonnenenergie. Es ist nicht unvorstellbar, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass irgendeine fortschrittliche Zivilisation, die irgendwo im Universum existiert, gelernt hat, dunkle Energie als exotische Antriebsquelle zu nutzen. Es gibt noch ein weiteres Hindernis für einen funktionierenden Warp-Antrieb. Die einzige derzeit denkbare Methode, ein Raumschiff in einer Warp-Blase vorwärts zu ziehen, besteht darin, die unglaubliche Kraft eines schwarzen Loches zu nutzen. Die Idee besteht darin, etwas Materie so weit zu verdichten, bis daraus ein schwarzes Loch entsteht. Wenn man ein schwarzes Loch im kleinen Maßstab erzeugen könnte, könnte man es sozusagen vor das Raumschiff spannen und sich von seiner Raumverzerrung ziehen lassen. Und wie schnell könnte ein Warp-Antrieb ein außerirdisches Raumschiff schleppen? Alcubieres Arbeiten deuten darauf hin, dass man mit einem solchen Antrieb ein Vielfaches der Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte. Reisezeit von der Erde zu Alpha Centauri an Bord eines Raumschiffes mit Warp-Antrieb etwa 4,5 Jahre oder weniger. Vorausgesetzt, die Besatzung an Bord verglüht nicht. Ein Problem des Alcubierre-Antriebs besteht darin, dass in der Warp-Blase höhere Temperaturen herrschen als im Kern der Sonne. Heiß! Nur ein weiteres kleines Problem, das es auf dem Weg in Richtung Erde zu lösen gilt. Und was passiert, wenn ein außerirdisches Raumschiff in einer Warp-Blase gezogen von einem schwarzen Loch in die Erdatmosphäre eintritt? Es wäre vielleicht nicht die erste Massensichtung eines UFOs, aber mit Sicherheit die letzte. 13. März 1997. Tausende werden Zeugen einer Erscheinung, die über den Himmel Arizonas zieht. Viele berichten über Gruppen von Lichtern in geometrischer Anordnung. Einige wollen ein bis zu anderthalb Kilometer großes Fluggerät mit rhythmisch blinkenden Lichtern über Phoenix gesehen haben. Die Rekonstruktion der Ereignisse ergab, dass die Lichter über Phoenix mit ziemlicher Sicherheit Leuchtkugeln waren, die von einem Flugzeug der Air Force abgeworfen wurden. Das menschliche Gehirn neigt dazu, sich eine feste Form einzubilden, die solche Lichter verbindet. Das ist die beste Erklärung. Für viele schienen die Lichter von Phoenix der Beweis dafür zu sein, dass ein großes außerirdisches Schiff eingetroffen war. Manche nannten es sogar ein Mutterschiff. Die Idee des Mutterschiffs ist ein wichtiger Teil der Theorien über außerirdische Besucher. Denn es ist die einzige Möglichkeit, die gewaltigen interstellaren Weiten zu überwinden. Der Begriff Mutterschiff kam etwa zur gleichen Zeit auf wie der Begriff der fliegenden Untertasse. Die Idee dahinter ist, dass man keine interstellare Reise in einem Ein-Mann-Schiff antreten kann. Man braucht etwas wirklich Großes. Die irdische Entsprechung des Mutterschiffs ist der Flugzeugträger. Ein Flugzeugträger legt auf den Ozeanen große Strecken zurück und sein Zweck ist es, kleinere Flugzeuge zu transportieren, die dann ihre jeweiligen Missionen erfüllen können. Wenn die Reise zur Erde lange dauert, in der Größenordnung von Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten, dann ist das Mutterschiff viel mehr als nur ein Flugzeugträger. Ein Generationenraumschiff oder eine Weltraumarche ist ein sehr großes Raumschiff, das ein geschlossenes Ökosystem bildet. Generationen von Bewohnern werden darauf geboren, wachsen auf und sterben in der Zeit, bis das Reiseziel erreicht ist. Vielleicht könnten außerirdische Passagiere mit entsprechendem Know-how die Reise im Kilteschlaf verbringen und am Ziel wieder aufgeweckt werden. Um die Reise zu überleben, müssten sie allerdings auch die zerstörerische Energie des Antriebssystems des Raumschiffes überstehen. Eine Möglichkeit wäre ein Mutterschiff in Zigarrenform. Und genau das wollen viele UFO-Zeugen gesehen haben. Bei jedem hochentwickelten Antrieb wäre die Besatzung so weit wie möglich vom Maschinenraum entfernt untergebracht. Ein denkbarer Antwurf wäre lang und dünn, mit dem Motor auf der einen und dem Crew-Bereich auf der anderen Seite, so weit weg wie es geht. Um so Schäden durch hochenergetische Neutronen, Röntgen oder Gammastrahlen zu vermeiden. Hätte eine solche Weltraumarche je die Erde besucht, gäbe es dafür wohl auch klare und unbestreitbare Beweise. All diese exotischen und fortschrittlichen Antriebsformen strahlen riesige Mengen an Energie ab. Wir könnten sie wie die Strahlen eines Leuchtturms schon aus Lichtjahren Entfernung sehen. Eine starke Konzentration an Röntgen oder Gammastrahlen und subatomaren Teilchen wäre verdächtig, denn so etwas gibt es in unserer Umgebung normalerweise nicht. Aber es wäre nicht nur unübersehbar, wenn sich ein solches Mutterschiff der Erde nähert, es könnte auch direkt in die Apokalypse führen. Falls die Außerirdischen aus irgendeinem Grund ihre Maschinen nicht rechtzeitig ausschalten, wäre es eine Katastrophe für das Leben auf der Erde. Wir würden von hochenergetischen Neutronen, Röntgen- und Gammastrahlung gegrillt. Im Falle eines Warp-Antriebes geht es um eine Verzerrung des Raumes. So etwas sollte man nicht in der Nähe großer Massen tun, wie zum Beispiel eines Planeten. Solche Katastrophenszenarien gehen davon aus, dass die Außerirdischen ihr eigenes Leben in den interstellaren Weiten riskieren. Es könnte eine bessere Lösung geben. Sie könnten gemütlich zu Hause bleiben und den Kosmos mit intelligenten Maschinen erforschen. Für viele leidenschaftliche UFO-Gläubige ist der Vorfall von Roswell im US-Bundesstaat New Mexico im Sommer 1947 die Begegnung der Menschheit mit Außerirdischen. Im allgemeinen Gedächtnis hat sich vor allem die Beschreibung der Außerirdischen Leichen festgesetzt, die angeblich am Absturzort gefunden wurden. In den folgenden Jahrzehnten wurde dieses Bild von Außerirdischen Wesen, den sogenannten Grauen, zum Standard in der Science Fiction und in immer neuen Berichten über angebliche Begegnungen mit Außerirdischen. Die übergroßen Köpfe könnten eine wenig überraschende Eigenschaft der Außerirdischen Biologie erklären. Höhere Intelligenz. In größeren Schädeln ist Platz für größere, weiterentwickelte Gehirne als die unseren. Die großen Herausforderungen interstellarer Reisen zu meistern, erfordert mit Sicherheit große Intelligenz. Aber sind biologische Lebensformen dazu überhaupt in der Lage? Es könnte ein großer Fehler der Science Fiction sein, anzunehmen, das außerirdische biologische Leben der Wesen sein müssen. Es ist völlig offen, welche Arten von Wesen zwischen den Sternen reisen könnten. Eine Möglichkeit, die ab und zu in der Science Fiction auftaucht, sind intelligente Maschinen. Nach dem sogenannten Murschen Gesetz verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren auf Computerchips alle 18 Monate, Womit sich auch die Rechenleistung verdoppelt. Diese Entwicklung hält bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert an und es wird noch bis 2020 oder sogar noch länger so weiter gehen. Das exponentielle Wachstum der Prozessor Geschwindigkeit rückt ein weiteres Lieblingsthema der Science Fiction in greifbare Nähe, die künstliche Intelligenz. Wenn du eine denkende Maschine erfindest, ist sie nach 100 Jahren nicht nur klüger als du, sondern als alle Menschen, die hier gelebt haben. Das ist der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz entwickelt sich ungleich schneller. Die Form der KI, die wir am bedrohlichsten und am vielversprechendsten finden, ist diejenige, die funktioniert wie unser Gehirn, die denken kann, wie wir. Im Labor für künstliche Intelligenz der Stanford University arbeitet man an wahrhaft intelligenten Maschinen der Zukunft. Es gibt einiges, was KI schwierig macht. Wir wissen noch nicht, wie wir Computer dazu bringen, so effizient zu lernen wie Menschen. Offenbar sind unsere heutigen Computer noch nicht schnell genug, um die Lernprozesse des menschlichen Gehirns zu simulieren. Um die frühen Stadien der künstlichen Intelligenz zu demonstrieren, haben Studenten von Stanford einen Kampfroboter gebaut, der das Kämpfen selbstständig lernt. Er versucht sich zu verteidigen, er reagiert auf ihre Bewegung. Je nachdem, wie sie ihr Schwert bewegen, wird der Roboter sich ihrer Bewegung und ihrem Verhalten anpassen. Wie wichtig sind Roboter wie dieser für die Entwicklung echter künstlicher Intelligenz, Thorsten? Wir nutzen Methoden der künstlichen Intelligenz, Lernmethoden, damit der Roboter auf seine Umgebung reagiert. Wir sind aber noch nicht so weit, dass er tatsächlich denkt. Heutige Computer sind noch immer viel weniger intelligent als so ziemlich jeder Mensch. Aber in der Zukunft könnten Computer menschliche Intelligenz erreichen oder sogar übertreffen. Und wenn es so weit ist, stellen Sie sich vor, jeder von uns hat ein Smartphone in der Tasche, das so intelligent ist wie Einstein oder sogar noch intelligenter. Wie wird sich unsere Zivilisation verändern? Was könnten wir alles erreichen? So fortschrittlich er auch für irdische Maßstäbe ist, der Fechtroboter hat noch kaum etwas mit einer intelligenten Maschine gemein, die ein interstellares Raumschiff steuern könnte. Die gewaltigen Herausforderungen der Raumfahrt, darunter die schieren Zeitspannen und kosmischen Gefahren, sprechen dafür, dass es intelligente Maschinen sein werden, die den ersten Kontakt herstellen. Wenn interstellare Reisen wirklich möglich sind, dann wäre es nur vernünftig, keine Lebewesen zu schicken. Sie sind empfindlich und sie haben nur eine begrenzte Lebenszeit. Genau wie die NASA unbemannte Sonden aussendet, um das Sonnensystem zu erforschen, könnte auch unser erster Kontakt mit Außerirdischen eine ihrer Roboter-Sonden sein. Lebewesen oder Roboter? Unsere Vorstellungen von Außerirdischen werden bloße Spekulation bleiben, bis wirklich welche auftauchen. Aber wie lange müssen wir darauf warten? Und auch wenn es keine Beweise gibt, Wie wahrscheinlich ist die Existenz einer weiteren intelligenten Zivilisation? Viele halten es für sehr wahrscheinlich, dass das Universum vor Leben wimmelt. Die Galaxie existiert seit langer Zeit, das Sonnensystem ebenfalls, aber die Galaxie ist noch viel älter und viele der Sterne darin sind deutlich älter als unsere Sonne und ihre Planeten. Wenn es dort Zivilisationen gibt, dann vermutlich schon viel länger als die unsere. Falls sie seit, sagen wir, 100.000 Jahren existieren, kann es gut sein, dass sie gelernt haben, über den interstellaren Raum zu kommunizieren oder sogar zu reisen. Bis zum ersten Kontakt wird die Menschheit weiter den Himmel nach Ufos absuchen müssen. Bisher wurde keines nachweislich als außerirdisches Raumschiff identifiziert. Aber das bedeutet nicht, dass Menschen nicht eines Tages Beweise für eine andere intelligente Zivilisation finden. In den Weiten des Alls oder sehr viel näher. Zivilisation Zivilisation